Stellvertretend ein herzliches Dankeschön für deine Arbeit als Obmann-Aussprache. Ich glaube, das ist auch einen liebsten Applaus wert. Die Globaleichen 7 ist ein US-amerikanischer Western, der erstmals 1960 erschienen ist, im Jahr 2016 neu verfilmt wurde und zudem es von 1998 bis 2000 auch eine gleichnamige Fernsehserie gab. Es ist bekannt, dass die Globaleichen 7 ohne den genialen Soundtrack nur halb so gut wären. Wie gut die Musik ist, wird aber besonders klar, wenn man sie für sich anhört, ohne den Film zu sehen. Reisen wir nun in unseren Gedanken zurück in den milden Westen und genießen die brillante, ausdrucksvolle Musik. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, einen schönen Sonntag noch und nun Spotlight on für die Globaleichen 7. Applaus Untertitelung. BR 2018 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 Applaus 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 Appaus